Moin, hier ist Heini, jetzt geht er noch einmal weiter landen, Flug und Landung. Ich habe das gerade geübt, das heißt geübt, einmal mit Michi und ja, ich habe einen kleinen Fehler einmal gemacht. Ich dussel, ne, weil ich habe immer gleich Lenkung übernommen und Gas gegeben, was ich gar nicht sollte, einfach so in Ruhe lassen. Und ich versuche das jetzt nochmal. Also ich habe zwar nicht gelandet, ich bin gegen die Bäume geflogen, aber ich war schon auf dem richtigen Weg. Jetzt will ich das mal sehen. Und ja, ich bin mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dabei. So, ne, dann haben wir ja jetzt geschafft, äh, gesagt. Ne, sagen, Ernsthaftigkeit dabei. Das bin ich bloß nicht. Jeder ist dafür gemacht, dass er drei Sachen auf einmal machen kann. Ey, mein kleines Süß-Gehirn geht da nicht so, ne. Ich versuche immer zu lesen, na, und wenn ich auf diese Instrumente gucken muss, dann werde ich komplett nervös. So was soll es geben. Ist so. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da ich Flugzeugpilot, da bin ich mal echt gespannt, hä. So, jetzt geht's los hier. Was denn los? Achso, da. Yo, hello, hello, hello. Ich habe das jetzt. Okay, you're welcome. Hans, ja, habe ich. Halt, die 1000 ft. Ich mach jetzt gar nichts. Der ist ja schon getrimmt, sozusagen, ne. Ready to return to Earth? Believe it or not, you've already learned everything you need to know to land. Ich mach gar nichts, außer ein bisschen Horizont hier, ne. So, dann lande man auf der linken Seite. Das habe ich rausgekriegt, das habe ich kapiert. Ja, halten Sie Höhe, das habe ich auch kapiert. Ja, 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 das habe ich auch kapiert. Stabiler Anflug, ja, ja, ja. Set the throttle control and leave it alone. Use pitch to control airspeed. So, jetzt geht's gleich los, ne. So, jetzt werde ich mein Drehzahlmesser bisschen sinken. So, lande Klappe ausfahren. Habe ich gemacht. So, 55 Meilen muss ich bleiben. Habe ich. So, 55 Meilen ungefähr. So. So, was das denn jetzt schon wieder, ey? Das hat doch gerade geklappt. Ich mach das nochmal, mir scheißegal. Ja, gut. Mach, 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 mach. Hä? Habe ich auch gemacht, die Lektion nochmal, Kollege, so ist das ja nun nicht, ne. Gibt's ja nicht. Gerade habe ich's ja geschafft. Ist ja alles einfach. So, wir haben die Kontrolle, das habe ich verstanden. So, ich hab die Kontrolle, 70 Meilen und siegert. Ups, mein, 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 mein Flugzeug. So, ich hab die Kontrolle, ich hab mich jetzt verarscht, was hab ich denn gemacht. Was ist denn los hier? Hä? Das war doch alles richtig? So, jetzt auch, ey, verstehe ich nicht, das war doch alles richtig. So, ich hab Kontrolle, 70 Meilen, 1000 Fuß, haben wir. Ich gucke auf die 70, dass ich 70 behalte, 1000 Fuß. Ja, der Quatsch, die so viel, ne. Ich verliere so schnell an Höhe, ne? So, 70, bin ich immer noch. So, jetzt sagt er sich hier, was machen wir uns, Kollege? So. 1.000 Fuß. Landeklappen habe ich. Ich halte jetzt gerade, 55 Meilen. So. So, 300 und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab Schweißperlen um den Stieren stehen hier, ey. So, nicht mehr wie 55. So. Sehen wir auf den Lande zahlen. Da ist er. Irgendwo, mir egal. Die Griechen singt wieder gerade. So, 250 gehört wieder. So. Ich starte durch, zu tief wieder, zu tief, aber nein. Ja, hab ich verstanden, Kollege, durch ein Haus geflogen. Oh, es ist echt nicht normal. Es ist echt nicht normal, ey. Was ist denn los hier, ey? Habe ich irgendwas? Warte mal ganz kurz, ey. Ne, lass ich jetzt so. Dass ich was falsch eingestellt habe mit Joystick, dass er irgendwie kriegt, weil ich weiß es echt nicht. Das mache ich doch alles richtig. Ja, 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 bla 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 bla, hab ich schon auf dem Schirm. Okay, ich habe Kontrollen. Ich habe Kontrollen. 1,000 ft, 70 mAh und eine Heading of 0,9,0 degree. Ja, ja, ich gebe mir immer besser, das macht gut. Oh, wow. First, we'll start descending. Then, we'll make a left turn all the way around to line up with the wrong way. The secret to making a good landing is a stable approach. Remember, set the throttle control and leave it alone. Use pitch to control airspeed. You're too far to the right. I have control. Sag mal, willst du mich verarschen, ey? Oh, jetzt bin ich, habe ich ja nicht auf den Kurs geachtet und ich bin zu weit vom Kurs weg. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, ey. So, nochmal. Ist doch nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ich habe die Kontrolle. Geh näher. Jo, jo, jo. Ich mach mal gar nichts. Ich mach jetzt mal gar nichts, ey. Ja, 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 das sagst du jedes Mal, dann sterb ich ja trotzdem noch, du Vogel, ey. Ja, ich seh den Landebahn, ich seh den Landebahn. Ich bin noch da, ich warte nur auf Befehle. Jetzt können wir was machen, ne, bestimmt. Komm bitte, ich will das jetzt mal schaffen, ey. Ja. 1.400. Lande Klappen raus. So, bleib ich jetzt. So, okay. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Und jetzt starte die Runway. Wir nächsten Mal werden wir die Landebahn. 250 Grad Die Höhe muss ich noch behalten Oha Oha, wieso bin ich so schief? You're a little high, lower the nose, reduce power a little, if needed, to maintain 50 miles per hour From here, watch the numbers on the runway, fly right at them You're a little right of center line, correct left Oh, stop, I have gas now Eh, please let me land Oh, ich bin glücklich, ich bin gelandet. Äh, krasse. Ja. Oh. Was ist das? Ja, ich hab auch nichts gemacht hier. Kannst du mich ja ganz normal... Achso, ich bin dagegen gekommen. So, ich muss woanders hin. Ja, jetzt geht dahin. Wieso geht man einen Seitenhuder dann jetzt nicht, ey? Oh, nee, ey, 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 hallo, hallo. Ich will jetzt... Ich will nichts hören. Wieso geht man Seitenhuder... Jetzt bin ich gelandet und jetzt geht man Seitenhuder nicht, oder was, ey? Ich dreh durch, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Puh, 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 puh. Achsen. Seitenhuder. Seitenhuder. Warte mal, warte, 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 querruder, querruder, schub. Kleine Klappen, wenn ich jetzt... Ich bin so normal. Hä? Propeller? Seitenhuder, da haben wir es. Da will ich mal eben... Sehen, ob das geht. So, fortfahren. Ja. Jetzt geht's ein Glück, ey. Komm, ich will nur ankommen. Ich will nur ankommen. Verlassen wir das Landebahn und kommen sie so bis zum... So. Und? Immer noch nicht? Ist er besoffen oder was, ey? Okay, anhalten. Drücken Sie. Oh, ein Glück, ey. Ich hab's geschafft. Krass. Ey, ich hab's geschafft. Ey, ich hab... Ey, Blutdruck, da glaub' man, ey. Das ist heftig. Also, für mich ja so, ich drehe mal durch dabei. Ich mach' hier ne Friss, ey, du. So, Pilo ist ja noch nicht freigeschaltet. Prüfung. Jeder fliegt sich an den Stand. Wieso ist er noch nicht freigeschaltet? Prüfung. Jetzt wird das Zeit als Gelernte. Wenn du weißt, sie müssen drei Stunden so... Soloflug. Ah. Ah, ist ja cool, ne? Und es ist cool. Finde ich gut. So, cool. Also, ich hab's geschafft, ey. Obwohl es nicht so witzig war. Also, Michi, vielen Dank. Oder die anderen, die mir noch geholfen haben, die auf die ganzen Videos reagiert haben. Vielen, vielen Dank. Ich hab's geschafft. Nicht perfekt, aber ich bin runtergekommen, ne? Jo. Ich hab's geschafft. Also, ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Tschüss.